Servus direkt vom Festzug. Ich stehe direkt auf eurem Wagen und ich stehe hier direkt neben Mikkelhagen, Löwenbrei-Zeit. Und, hat man sich schon auf die Wiesel gefreut? Ja, das ganze Jahr. Am letzten Tag freue ich mich schon wieder aufs nächste. Und, könntest du überhaupt noch schlafen für so einen Tag wie heute? Denk ich schon, aber man wacht öfters auf, weil einem dann immer wieder was helfen, was man noch machen könnte. Sind Sie was ganz Besonderes? Sie werden von Ochsen gezogen. Ja, das war mein Traum immer schon. Und seit voriges Jahr habe ich Ochsen aufträgt, die uns mit dem großen Fässer auf die Wiesel rausziehen. Wie viele Fässer sind da jetzt hinten drauf? Eins, ein riesengroßes. Das ist ja Wahnsinn. Und die Frau Gemahlin auch dabei? Jawohl. Das wievielte Mal auf der Wiesel? 47 Jahre. Wow, das ist eine wirkliche Zeit. Was wünscht sich dieses Jahr für die Wiesel? Schönes Wetter und ein Frieden, damit nichts passiert lassen. Das wünsche ich auch. Damit gebe ich wieder ab. Vielen Dank.